C'mon! Okay. Es geht hier links noch weiter. Es müsste, glaube ich, irgendwas drin sein. Ey... Wir gehen hier gleich noch zurück. Das ist mir egal. Nichts. Du warst trotzdem ein bisschen. Auf dem Rückweg. Hinweg ist zwar anstrengend. Wird schon wieder abhauen. Nein, ich würde mich nur aufladen, aber... Genau. Dann spontan keinen Lust mehr. Genau, genau. Hoppla. Komm, ich lasse in dir. Der scheiß Kobold! Hehehe. Ey, der geht ja ab. Natürlich. Natürlich. Ah, der Kobold versaut dir immer alles. Oh nein. Nix da, wir besiegen die. Hab dich vor! Genau. Gerade auf vier. Ey, ich finde das immer so witzig. Oh! So ein komischer Teufel. Racheengel. Teufel und Engel ist schon ein Unterschied. Das ist aber ein Racheengel. Der ist böse. Hehehe. Ausgewichen. Er ist so ein Racheengel. Das ist aber auch ein Racheengel. Wie viel je zu tun? Ich würde so sagen, ich werde nicht ein Rache genauen. Gerade immer noch einen Rache. Er ist so gut. Ich bin nicht in deinem Rache, Schade. Schade ihn nicht zu mir! Schade ihn weg! Ich hoffe, hier kommt noch jemand. Komm schon! Yeah! Das war episch! Da kommt immer mehr! Jetzt nicht mehr! Was machst du noch mit Absicht, oder? Nein, der Kuppel verarscht mich! Welches hast du aber zum Nebel einfahren? Zwei, ne? Ja, so ist es immer anders. Nee, jetzt geht der ganze Hintergrund weg! Dann drück eins! Das ist richtig! Wollte ich nur testen? Du bist so echt! Aber in Wolken! Hallo! Das ist unmöglich! Das ist unmöglich! Ey, hör auf zu heiern! Ja, du brennst doch! Yeah! Burning Baby! Jetzt kann man die hässlichen Engel mit normalen Fits treffen! Das wäre traurig, wenn nicht! Aber auf der Ausweg ist die andere Woche, ne? Wie? Das war der Kobold! Du bist ein riesiges Arsch, Alter. Ich war doch gar nicht, ich stand da oben und da war mir jetzt der Kobold rausgerannt. Klar, der Kobold rennt doch raus. Du bist unmöglich. Ich hab keinen Bock auf die scheiß Wolken. Der ist rechts lang. Ja, links. Genau. Immer rechts lang. Oh, mein Schwertorb braucht ich nicht. Das ist ein Schwertorb. Ich bin Helziger. Ich hatte nicht mehr einen Preis. Irgendwie nicht. Ja, doch irgendwie schon. Das war dein Preis. Das ist recht. So, und nun? Das war der Tempel. Ey, hier rechts runter. Ja, die Treppe. Ich war mein Level 7, na, danke schön. Das war der Tempel. Okay, jetzt legen wir dir eigentlich nicht diesen vollen Lähn. Weil du immer ausweihst. Abhaust. Nicht vor den, nur vor Wolken. Und Blobs. Schützer. Gibt's hier lang? Hier ist ein Schalter. Ui. Magic. Ja, schnell rennen. Ach so, weil ich mit Fire King. Ha! Sie sind ja noch widerlicher. Die roten, die verbrennen. Das ist cool. Naja, immerhin konnte er sich nicht teilen. Leben noch. Hey, Big. Ja. 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 mal ein Action! Ich hab nur auf den Engel zu treffen! Komm rein! Verdammt! Wo rein? Na in deinen... in deiner Attacke! Ich wollte den Todeslänger reinschubsen! Das ist auch so sinnvoll gewesen! Hier noch die Schlache sind! Auf jeden Fall! Jetzt kann man eigentlich durchrennen! Nee! Gibt's nicht! Wir sind hier wie das Monster! Sonst! Das sind wir... ...unterpowered! Oha! Komm schon! Boah! Sogar beide getrunken! Ben! Tja ja! Wie wieder holt sich ja alles kann das sein! Jetzt sieht irgendwie alles gleich aus! Weil die Pfeilrad machen noch irgendwie nicht! Aaaaah! Autsch! Das hat sich doch gut! Alles geplant! Das ist ne Doppeltwege, geht's bestimmt! Oh, war krass! Sommerschleim, Höllenschleim, was weiß ich! Patzenwand! Hast du? Oh! Bam bam bam! Hast du was gewesen ohne? Nee, F war's! Versuch mal wieder Schlammbombe! Nein, ich will analysieren! Ja dann analysier mal! Ich will mich vorher noch entladen! Wohin willst du nicht entladen? Haha! Eigentlich daheim, das Ding hat mal wieder ausgewichen! Mit dem Auge, das ausweicht! Das ist falsch! Komm jetzt analysier endlich! Nee, es geht ja nicht! So jetzt... Irgendwie... Dreh dich nicht aus hier! Wir haben's alle gesehen! Wir haben's alle gesehen! Das ist so viel Zeit! Ich war gestand! Genau! Immer diese Auswege! Laterna! Das ist ein Witz! Hä? Wir haben doch gar keine Laterna! Das ist ja der Witz! Mit Zitter, Alter! Wenn's bei der ersten Gesessenheit sitzt, das ist ja bestimmt wo! Boah! Siehste, 85! Ich weiß nicht, mach mal Schlammbombe weiter mal oder was anderes probieren! Hau irgendwas drauf! Ja, hau mal Schlammbombe auf! Schmackslammbombe! Das bringt irgendwie nichts! Irgendwie nee, nee! Wenn sie immer noch Kraftwasser hat! Ja, dann mach ma das eben so! Zum Glück du es eben letztes Mal gesagt hast! Boah! Ich kann aber erst machen, wenn sie angerannt kommen! Ja, aber hier sind ja keine Stacheln! Ist ja egal, die kommen bestimmt irgendwie angerannt! Das ist einfach! Überraschung! Wo war die Überraschung? Da ist die Überraschung für mich! So, das eine Auge ist weg! Da ist das andere dran! Soll ich hier irgendwas bachartiges machen? Gib uns Heilwasser! Das ist zwar kein Bach, aber okay! Das ist ein Upgrade! Das ist ein Upgrade! Was willst du machen? Oh, jetzt kann ich wieder aufhören! Ich will uns aber trotzdem bachen! Na dann bach doch irgendwas! Das ist ein Ubisoft! Nyoong! 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 Oh, was ist denn weg? War die billig, ey. War sie echt. Gar keine Herausforderung.